Da geht es nur nur, dass wir durchkommen und gar nicht schnell, weil wenn es wirklich ein bisschen nass ist... Nein, nein, wir haben auch eine Besicherung. Doch, 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 doch! Eigene, ruhige Besicherung. Nein, also gar nicht so anfangen, wie das beim Täter sagt oder die andere Sache, aber da einer geht das. Ja, das ist einfach sehr gut. Ja, da ist aber auch ein bisschen. Und einfach die Tana muss sich da wirklich voll einheben, wenn sie keinen Saal mitzübt werden kann. Das ist gar selbstständig für den Saal mit dem Eingang. Null viele Leute!